hey meine leute damit herzlich willkommen zurück mein name ist chris wir spielen final fantasy und finden uns gerade hier im sektor 6 in irgendeinem tunnel und möchten jetzt runter kommen also hier und ok das monster ok damit nicht aber das gute ist hier ist eine bank da können uns dann später wieder regenerieren wenn man den kampf schaffen sollte haben wir es jetzt endlich kann es gerne runter fallen da bricht er manchmal die aktion ein doch ich finde manche die musik etwas nervig ich weiß gar nicht ob die damals das spiel auch so war dann übernimmt ich flieg los hier ah toll so wieder heil obwohl es jetzt hier in dem kampf nicht so wichtig ist da wir haben ja gleich da in der nähe die bank und können die auch gerne nochmal verwenden bevor wir dann weiter gehen schön geschafft den song haben wir gekauft aber ich suche immer noch einen weg nach unten also da ist die bank da können wir uns hinsetzen und chillen okay ich glaube da hinten mal gerade was zum runter gehen da gehen wir mal lang hier in der ecke versteckt jetzt schleicht er wieder so gegengift einmal hier drüber gehen ich frage mich wer das feuer gemacht hat ob wir gegen die kämpfen dürfen müssen oder sollen ansonsten haben wir ja nicht viel möglichkeiten diesen aus dem weg zu gehen kuckuck das immer ist hier jemand wird verlassen ist noch warm wir könnten hier übernachten cloud dafür fehlt uns die zeit außerdem außerdem ey guck mal leute die wollen uns ausrauben hey hey was fällt euch ein hier so rum zu wühlen genau das werdet ihr uns kompensieren alles klar kompensieren kompensieren was denn das überhaupt hole nuss du hast aber auch echt mal von gar nichts kompensieren also na du weißt schon oder nicht genau kompensieren ist also du weißt schon also wir haben hier nichts angefasst ja wir haben nur einen weg gesucht und das sollen wir euch glauben was willst du sonst tun wir könnten euch zum beispiel bis aufs hemd ausrauben bis aufs hemd helft helft die tragen doch gar keine hemden folgen das ist so ne art von äh also ähm ähm äh eine kompensation ach so du meinst das ein genau genau was für idioten jawohl wer hat denn hier so blitz na toll haben wir geld gestohlen bin ich bald mal fertig mit dem was ich ja nicht mache ha wir sind wir sind we생 die im geht wir haben wir Habt ihr mich gehört? Wir sind tot! Mausentot! Wird ihr nochmal wiedersehen? Oder wenn wir uns namens der fünften Dings finden. Ah ne, da kamen wir her. Wir wollen hier lang. Wahrscheinlich. Töt! Töt! Jetzt oder nie! Wir Töremen! Hey! Haut doch nicht ohne mich ab! Sag mal, Cloud. Wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Wie kommst denn jetzt darauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Ach so. So sind die auch wieder... Oh! Oh! So, haben wir den erstmal fertig? Oh! Hilfe! 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 Nicht übertreiben! Bin ich jetzt drin? Ja, jetzt bist du drin. Aua! Boah! So, wir nehmen den heil dran, auch mal den großen, damit er nicht stirbt. Ah, voll ins Gesicht. So, wie... Hier... Äh, jetzt Fähigkeiten. Da noch 27. Oder muss man echt aufpassen. Äh, ne. Wir machen jetzt mal hier. Halt Fähigkeiten. Das war das. Auf ihn. Dann machen wir hier. Ihn Fähigkeiten. Und... Autsch. Ha... Nicht, nicht, nicht. Gesternbleche, gesternbleche, gesternbleche. Halt! Halt! So, stopp, 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 stopp. Einmal hier reinstellen. Fähigkeit gebet. Ich hoffe, dass es zweimal wirkt. Nein. Das ist ja kein Server. Schade. So. 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 Dahinter muss er. Weh? Geht nur der oder auch der andere? Man weiß es nicht. Ah, okay. Ah, Armwechsel. Gut. Beide. Achso, wieder X. Ich bin gespannt, was das blaue ist. Ich glaube, ich kann loslassen. Einmal den rechts nehmen. So, aber das nervt ein bisschen. Ich finde das echt ein bisschen anstrengend, aber gut. Halt. Ach, geht nicht weiter nach dort in die Richtung. So, probieren wir erstmal das blaue da hinten. Und ich bin gespannt. Ja, mal gucken, was das ist. Was wir damit machen können. Dann lassen wir sie hier wieder runter. Absetzen noch wieder einmal. Oh, was holst du da? Keine Ahnung. Was? So. Kann ich sie auch hier absetzen? Machen wir das hier vorne? Kann sie von einer auf die andere am springen? Widerstand aus. Hm. Eigentlich möchte ich sie gar nicht hinstellen. Klappt nicht? Ach, das geht nicht. Jetzt hier geht's. Finde ich komisch. Muss ich die stapeln? Die beiden? Wir schauen einfach mal. Falsche Taste. Weiß ich, ob ich das mal hinkriege. Beim ersten Mal, wenn da steht X, dass ich X drücke. Hier geht's. Jetzt loslassen wir. So, nächste Hand. Beim ersten Mal gleich gedrückt. Herrlich. Jetzt geht auch hier loslassen. Das ist gut. Auch wieder gleich beim ersten Mal. Ich möchte mich ja nicht selbst loben, aber klappt langsam. Jetzt können wir sie da drauf setzen und dann können wir sie da rüber holen. So, mit einmal aufnehmen. Ich halte die immer gerne gedrückt. Da brauchst du eigentlich gar nicht einmal gedrückt halten oder einmal drücken und dann geht das Ganze gerne alleine weiter. Grundsätzlich finde ich die Passage etwas nervig. Aber schön, dass ihr uns vertraut. Bei dem Riesenroboter-Händen. Das macht der Cut völlig alleine. Einmal die Taste gedrückt und danach geht das ganz gut. Gut. Boah. Schön. Danke. Ich lass dir jetzt die Leiter runter. So, und kann man weiter? Jawohl. Schade, dass er hier nicht runterrutscht. Also dauert. Und dauert. Liegt noch was rum? Nein. Ich sehe zumindest nichts. Dann können wir auch gerne hier hochgehen. Hat doch geklappt. Ja, nicht schlecht. Hm. Oh. Jetzt wollte er mal. Wolltest du etwa... Weiter geht's. War traurig. So, noch 120 Kilometer. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Also die anderen Dinge hießen Gangster A und B. Nein, die anderen hatten Namen. So, können wir da uns heilen. Das finde ich echt sehr oft. Oh, das war's. Da, der Ausgang. Wo? Ach, da hinten. War das jetzt eine Abkürzung? Weiß ja nicht, wie es wieder ein anderer Weg war. Hier. Bitte. Na komm. Wo ist es denn? Halten? Ach so, Halten. Das dauert wieder Ewigkeiten. Zack. Hammer. Hat auch sein High Five bekommen. Das ist das Tor zu den Slums von Sektor 7. Ist verschlossen. Und nun? Wie wär's, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine... Komm schon. Hier lang. Beeil dich. Früher habe ich hier manchmal Blumen verkauft. Weißt du? Ach ja? Sag mal, Cloud. Du warst Rang 1, nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Nein. Du ähnelst ihm nur. Ähneln? Wem denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er? Kenn ihn vielleicht. Alles okay? Wie hübsch. Hä? Deine Augen. Ach so. Das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Wir müssen nach vorne blicken. Na gut. Dann blicken wir mal nach vorne. Okay, jetzt geht es wieder ganz etwas schneller. Oh. Wir schauen uns mal um. Seht ihr, finden wir zum Beispiel sowas hier. Die Wege nach draußen finden wir auch irgendwie. Machen wir das hier? So. Warte mal eben. Guck mal. Ein Geheimgang. Der führt bis zu den Slums in Sektor 7. Dann... Bitte sehr. Kommst du alleine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Ach. Ist schon okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung. Na, da. Ach. Da geht es hier. Nein. Oh. Also dann. Willst du los? Na komm, wir wollen los. Oder wir machen hier an dieser Stelle Schluss. Und gucken dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Nein. Kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Ach, sieh süß. So meine Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Gerne kommentieren, abonnieren, viele Däumchen hinterlassen. Und das nächste Mal wieder einschalten. Gerne auch die Glocke verwenden. Würde mich auch freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Chris. Bye.